Gewertung vom Konzert, für die Leute, die überlegen, noch hinzugehen oder so. Hab ich das schon. Erste. Hast du? Sag mal kurz was. Aber ja, war neun von zehn, eigentlich zehn von zehn. Zehn? Eigentlich zehn von zehn als crazy hardcore. Ich find. Ja, noch mal. Bob. Hm? War geil. Bis braun. Ich sag, das war acht oder null. Zeit, man guckt zu und genießt es. Ich bin, glaube ich, nach zwei Sekunden heiser gewesen. Ich weiß aber erst mal den Bruch. Kater, sein Vater. Wir arbeiten wieder. Du bist auch völlig... Oh, nice. Ganz gut. Mach wenigstens zu, kurz so. Ja. Komm. Bereit? Du musst deinen Schuh, das ist perfekt. Bereit? No. Du musst nur deine Hände so machen, okay? So. Und dann? Ja, dann machst du die Kamera. Bereit? Ja. 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 Wieso ist das so? Später musst du was zeigen, ne? Kamerateam ist... Ich weiß wirklich nicht, aber ich zeige wegen meinen Knie. Wie? Kamerateam ist schon organisiert. Training wird gefilmt, heute. Ja, wird das sowieso getan? Yes. Nein. Nein. Nicht viel Lock. Ja? Nee, ist wirklich viel Lock. Mal gucken wegen meinen Knie. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ich will. Das ist so. Baby, wo bist du noch Medi oder so? Ja? Vielleicht frag ich noch Medi oder so. Es braucht sich nicht. Medi hat immer eine große Klappe, aber wenn du noch ankommen... Schwer. Mitzi, mitzi, dann kommt nichts mehr. Schau, dass Willi den Laden findet. Wir sind gerade einmal in die falsche Richtung gegangen. Und zu gucken, was Eli macht. Eli lernt einfach mit. Und Willi hat den Laden vor Eli gefunden. Obwohl wir da schon tausendmal waren. Lime Minze, ja. Guckt ihn euch mal an. Guckt ihn euch mal an. Leute, diese Edamame. Die sind es. Die sind es. Ehrlich. Ich will die Soße sein. Sogar Eli sagt es. Eli ist Hater. Weißt du? Weiß ich auch nicht. Feindlicher Hater am Anmarsch. Da drüben kracht es. Er hat eine von diesen Dingern hier gegessen. Thai-Chili ist super. Thai-Chili sind so underrated scharf. Man denkt immer, die sind scharf. Er hat richtig Stress. Digga, Marc isst die bei unserem Brett-Essen. Aber wie gegessen, ich schwöre, der hat keine Miene verzockt. Digga, hab ich Stress? Ali ist fett. Nein, nein. Ali hat auf jeden Fall zugenommen. Es ist aufgefallen. Und ich hab mir gesagt, einer von uns musste sagen. Ich sag's mir auch immer. Ja, aber auf Ernst halt. Wie immer sagst du zu dem Bild? Man kann's dir ja mal zeigen. Also, Ali, das ist eine Intervention. So sah er am Anfang der Saison aus. Also, so am Gesicht. Und hier, du merkst auch so, sein Bauch, das geht zurück. Und das ist Ali jetzt vorletztes Spiel gewesen. Das war so irgendwie ungünstig. Lukaku. Nein, ich sag's ihm. Ich seh's auch in der Dynamik. Das wird auf jeden Fall nix. Der sagt, du bist dumm beim Wachen. Malon sagt, du bist dumm im Kinder. Du musst nicht irgendwas machen. Du musst nicht zusammen was machen. Du musst zusammen was machen. Ja, du musst zusammen was machen. Ja, was uns bei allem macht. Okay. Ja, bei dir. Hä? Hä? Ich weiß es. Hä? Ich weiß es. Hä? Du hast es gesehen. Hä? Also, ich weiß es. Ich kenne die Frage, aber ich weiß so gut wie die Spiele. Ja, okay. Hä? Hä? Ich dachte auch du hast es. Na, 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 du hast es. Kommst du? Ich brauche keine Idee. Ich sag mal ehrlich, wenn ich einen Töpfer schaffst du nicht. Es gibt eine Lösung, ne? Mann, Bruder, das ist so, ich sage es so ein Trickding so. Es gibt keine schicken Lösung, sondern... Machst du mal runter? Wie? 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 Da fehlt ein Kuschel. Was hast du gemacht? Ja, nee. Ich dachte du hast einfach so reingeworfen. Ja, aber... Ich habe nicht gewissen, dass es Sonnengrümen Kerner sind. Ich dachte, das sind Chips oder so. Du bist einfach reingebissen dann. Also, was du... Ich habe einen Mund geworfen vom Stück oder so. Wie kannst du denn einfach die was im Mund werfen, wo die nicht weltlos ist? Ich dachte, das ist Schokolade. Ich dachte, das ist Schokolade. Ich dachte, das ist Schokolade. Schokolade. Oh, Eli ist Imposta und unser Essen ist toll. Ich kenne, gibst du bitte ein bisschen Trinkgeld? Gibst du kein Trinkgeld, Ikenna? Was ist der Mann hier veranstaltet mit seinem Scheiß Galaxy Buds? Ich muss jetzt ihm sagen, dass er schnarcht. Alter! 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 Warum stehst du instant auf? Wie komisch! Weißt du, wie du schnarcht? Ja! Ja! Aber wie? Ist er aufgenommen? Wie? Ja! Wie? Wierst du sagen, wenn ich sage, wie er schnarcht, dann bin ich... Wie? Wierst du? Hey, weißt du, Arnalo? und so auf, fühlst du aus mit meinem Bein. Ali, ich bin mir keiner. Rede mal. Falti creed, sagst du? Was bitte? Falti creed, sagst du? Ja, ich komm. Will die holen. Ja, sag mich bitte Bescheid. Und sind der Continental? Ja, safe. So, das war super. Toto. Schon mal sympathisch, ne? Immer. Achso, er, ja. So, bin fertig. Ich war übrigens auf dem Alter G, das ist so eine Laufbahn, wo du mit weniger Gewicht läufst, damit zu gucken kannst, ob deine Bewegungen schmerzfrei sind. War alles gut bei mir. Ich hatte 15% Steigung, 80% von meinem Körpergewicht. Dann waren auch 90 Kilo, aber lief alles gut. Guter, erster Tag für Sport. Wir überlegen jetzt, tagsüber entweder machen wir eine Foodtour oder wir kochen. Und ich brauch grad ein paar Sachen, die du kochen könntest. Also, wenn wir uns dafür entscheiden zu kochen, habe ich eine eigene, eigen kreierte Chili con carne. Also, Chili con carne ein bisschen. Aber ich habe nichts an meinem Denken. Ne, es... Damit kischst du mich jetzt nicht, Bro. Ne, aber es ist umkonstruiert, das ist was ganz Neues. Das wirst du so noch nie gegessen haben. Ich esse ja auch so keine Chili con carne. Aber es ist ja auch... Hast du noch was? Ich habe noch ein Gericht, das ich wirklich selbst eigen kreiert habe. Das hat irgendwie keinen Namen. Es ist ein bisschen asiatisch angehaucht, aber basiert auch auf Sahne und Gemüse. Das kann ich auch noch machen. Kann man scharf machen. Was für eine Soße? Kokos oder so? Mit Asiaten, mit so Sprossen und so, asiatisches Gemüse. Basiert aber auf Sahne, sehr, sehr lecker. Und Reis. Was ich noch auf Lager habe, ist... Auf entspannt kann ich gute Schinkennudeln schnell machen. Was denn Schinkennudeln? Kennst du das nicht? Nein. Das ist äh... Schinkennudeln, so wie Carbonara. Miese. Achso. Ne, ne, ne. Dann kriegst du mich nicht. Vertrau mir, diese Chili con carne Version von mir, Variante, ist sehr, sehr gut. Was ist denn Chili con carne? Ist das einfach nur so Tomatensoße mit Fleisch, oder nicht? Nein, das ist... Hat nichts mit Tomaten. Ich sag ja, umkonstruiert. Vertrau mir, ich mach das und dann wirst du sehen. Mann. Ich kann das wirklich gut machen. Oder wir machen halt ein Foto. Niemand. Also, wenn ich... Wenn ich koche... Ich sehe ein Video. So mache ich meine Chili con carne. Das Video gucke ich mich an. Ich will auch nicht wissen, wie man Chili con carne macht. Das ist aber auch kein Chili con carne. Das ist... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das habe ich auch eigen kreiert. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber es ist sehr, sehr lecker. Das habe ich dir vor ein paar Tagen geschickt. Als ich noch in den Schlott gegangen war. Das ist wahrscheinlich nicht so lecker. Und es ist Hackfleisch und so. Ist aber wirklich lecker. Vertrau mir, ich mach das. Und dann äh... Ja, dann kommt dann Foto. Oder ich koche. Oder du kochst. Stimmt, wäre ich auch cool, wenn du mich von deinen Kochfähigkeiten überzeugst. So, wir gehen jetzt zu Aldi. Und danach holen wir noch was zu essen für die Kinder. Hundefutter, damit du auch was zu essen kriegst. Spicy Rigatoni von Moneyboy. Ich koch lieber. Das hat mich nicht gecatcht, die Kinder. Meine Tomaten... Das hört sich auch gut. Nein, eine Tomatensauce mit Spinat, Chicken. Geil. Und Reis. Das hat ja auch immer noch nichts damit zu tun, wie das schmeckt. Die sagten, hast du einfach nur reingemacht, damit... Die hast du nur reingemacht, damit du sagen kannst, du hast Geheimzutaten. Sonst würde ich es doch nicht machen. Junge, du hast... Das ist so, als ob ich da so viel Gesichtspuder reinmache oder so. Und dann sagt, das ist mein Geheimzutat. Oder Backpulver einfach. Wir haben zwei ganze Paprikas und vier Lorbeerplätze. Cool. Ich mach mal wieder was aus. Sehr egal. Bilo ist eine Sekunde hier. Das geht schon wieder los über Escaping. Guck mal. Das ist ganz einfach drin. Meine Erwartung... Kannst du auch mal reden? Ist der dumm, Digga? Ja, aber ich kann doch am besten mit Chris... Halt die Press jetzt! Guck mal. Meine Erwartung war hier. Die Erwartung, die er von mir hatte. Und ich hab... So abgeliefert. Die Erwartung von Vino war vielleicht hier. Und er war so abgeliefert. Also... Also... Die Leute denken so, dass du dumm bist? Nein. Nein, nein. Aber guck mal, er hat so... Bisschen dümmer. Deine Erwartung war unten. Der Sprung war riesig. Der Sprung war riesig. Der Sprung war riesig. Der Sprung war riesig. Der Sprung war hier. In meinem Kopf... In meinem Kopf... Ich weiß ja wirklich, was ich alles gemacht habe. Und ich bin... Ja, nicht viel. Die ersten Tipps und alles haben die gebraucht. Das hab ich nicht gebraucht. Da haben wir nicht gebraucht auf unserer Seite. Die Tipps haben die gebraucht. Am Anfang war sowieso das wenigste. Die haben ja am Anfang schon den Tipp gebraucht. Wer hat ja ohnehin gesagt, dass du auch gebraucht. Hm? Das ist gebraucht nicht. Ich mach da gar nicht schwierig. Guck mal. Das macht gar Sinn. Ich bin nicht der lauteste so vom Ding her. Und wenn ich dann irgendwas sag... Er meinte das mit dem Spiegel. Hätte er gewusst. Aber du hast dich vorgedacht. Boah. Warte doch. Wie das mit dem Spiegel hat man ein Foto gebraucht. Dieses Foto hab ich gefunden. Und dann nochmal... Du musst ganz... Oder du brauchst auf der anderen Seite. Du bist auf der anderen Seite gelaufen. Wir haben missgesucht, was da ist. Was ist für ein Bild? Nein. Nein. Also in meinem Kopf... Ich weiß wie das war. Ich weiß wirklich wie das war. Mhm. Und dann, wenn ich irgendwas gesagt hab und ihm Kunst gegeben hab, so wie die Frau gesagt hat... Kann man euch nochmal auch gesagt werden? Ja, aber... Wie ist es? Ist ja eine Schwerbe... Wie ist es? Also... Nicht nur das. Das Ding ist... Wenn ich es alleine sage, ist okay. Aber die sagen einfach beide auch das gleiche nicht. Das Ding ist... Wenn du ein Bild findest... Ja, aber ich bin ja... Also ich renge mich da nicht in den Vordergrund und mach das dann. Junge... Das... Ich glaub wirklich, dass ihr das so denkt. Ja. Denken wir auch. Aber ich glaub... Oder ich sage, ihr habt das Falsche bekommen. Ja. Also was du jetzt grad von dir positiv sagst, du hast ein Bild gefunden und sagst, das müssen wir bestimmt benutzen. Natürlich müssen wir es nicht benutzen. Und wir... Aber er findet es raus, was man machen muss. Das hab ich doch auch rausgefunden. Nein, hast du nicht! Ja, hast du nicht! Ich hab nur nicht! Habt du nicht! Du hast Spaß. Er hat auch nicht. In dem Video ist sogar die Szene drin, wo ich sag, dass sie mir den Spiegel brauchen. Und sie hat gesagt... Ja, natürlich brauchen wir den Spiegel! Natürlich! Aber was? Wozu brauchen wir den Spiegel? Das muss man rausfinden. Das war doch auf dem Foto die Rückseite. Diese Zeichnung! Und dann ist er mit dem Spiegel und hat so gemacht! Wir laufen auf der Stelle! Wir laufen auf der Stelle! Genau, wir laufen auf der Stelle! Gehst du noch einen Runden an? Ja, das gibt's wahr! Deswegen wollte ich den Runden! Junge, das wäre ja so geil, wenn wir das Video machen könnten! Aber man darf nicht filmen, weil man sonst den Room leaken würde! Es geht um Escape Room! Guckt euch den Vlog mal an! Von damals, wo ich gerne das letzte Mal da war! In dieser Pira-Konstellation! Das ist nicht gut geändert! Genauso wie gerade eben! Und? Das ist übrigens ein nachher! Wir sind immer noch so hitzig! Wir haben jetzt Kostüm, wir haben jetzt gekocht! Das Video kommt auch die Tage einfach online! Wir überlegen gerade, was wir machen können, weil wir wissen, was man unternehmen kann! Wie normale Menschen! Da sagt einfach eine Boots-Tour auf der Spree! Ich find's cool! Ja, da sind wir mit sieben Leuten drauf und die sind alle über 70! Kann man da nicht ein eigenes Boot mieten oder so? Ja, nicht was das für geht! Er zeigt auf mich! Oh mein Gott! Machen Sie einen Spaziergang durch die beleuchteten Straßen der Stadt und genießen Sie die Atmosphäre! Wir gehen jetzt in so eine Sporthalle! Ein bisschen! Ich bin so froh, dass ich wieder laufen kann! Badminton oder Tischtennis! Oder beides ein bisschen! So was machen wir jetzt! Coole Unternehmung! Tatsächlich, wirst du das machen können! Sowas ist cool! Wir sind jetzt fertig! Das Highlight-Video kommt auf dem zweiten Kanal! Wir können dann in einer Nine-Sit folgen! Das Video verlinkt! Da kommen wir mal meine Stream-Hilights und so, falls ihr meine Streams erfasst! Wir haben Badminton gesorgt! Tischtennis! Böchtet keiner den Performance an! Bei dem Tischtennis! Bodenlos! Kenner überdurchschnittlich, wa? Ja! Tischtennis! Ich habe aber tief gestapelt von Anfang an! Was heißt tief stapeln? Ich habe gesagt, dass ich nicht weiß, wie gut ich bin! Ich habe gesagt, in meiner Erinnerung war ich gut! Und gegen die, gegen die ich damals gespielt habe, habe ich auch immer gewonnen! Aber gegen euch habe ich jetzt verloren! Ich habe gesagt, ich stapel tief! Alles gut! Stapel auch einen Fußball tief! Und bei der Skate-Bloom erst recht! Skate-Bloom war super für mich! Nein! Ich gebe doch zu! Du sagst immer, ich kann Sachen nicht zugeben! Aber jetzt habe ich zugegeben! Du hast ja auch auseinandergenommen! Du hast ja auch auseinandergenommen! Natürlich musst du zugeben! Ich dachte, dass die... Gucken wir jetzt doch und den Match! Äh, äh, ich rufe und so! Komm an! The Game was only best mit, Leute! Spann dich, okay? Jetzt warte, ich brauche kurz konzentrieren! Hi Leute! Wir sind jetzt noch in Miami und packen so Sachen für morgen in L.A. Ja, Game was... Und der hat schon wieder Hunger! Was willst du essen? Döner? Hast du vorgeschlagen? Ja, geht nicht! Haben wir nicht gerade darüber geredet, dass... Gar nichts! Dass du einen Schritt zurückgehen musst? Das ist so... Das ist so... Das ist so... Das ist so... Mann, ho! Die Kinder müssen noch mal einen guten Döner probieren! Vorher nach Stuttgart zurückgehen! Was heißt probieren? Den habe ich ja schon mal gemacht! Ja, aber noch mal einen guten Essen! Der versteckt sich die ganze Zeit! Wenn ich gesehen würde... Gesehen werden würde beim Essen! Das ist beinlich! Eigentlich wollten wir noch ins Kino! Aber Crete ist ausverkauft! Es gibt keine Karten für Crete! Hey, Baby! Hey, Maus! Hey, Maus! Hey, Maus! Hey, Maus! Hey, Maus! Falsches Team! Wir waren in der Dürmer Station! Ich muss jetzt ein bisschen um die Waffen klären, wie ich morgen... Wimberg ist wirklich! Da mache ich aber keinen Vlog! Das macht Willi bestimmt selber! Ähm... Seht ihr denn dort? Da bin ich auf jeden Fall morgen! Und... Von dem Tag komme ich wieder zurück! Das ist wieder das Sportspiel! Zu gucken natürlich! Ich bin nicht fit! Nur weil Leute denken, dass ich wieder Sport machen darf! Heißt jetzt nicht, dass ich laufen und da Fußball spielen oder so! Ich mache nur ein bisschen Krafttraining und so noch! Ich muss erst mal schauen, wie weit ich komme! Schaut mal, ihr habt auch die Zeit mit ihr Keller gemacht! Ja! Seht ihr die Kommentare! Dass ihr alle gefeiert habt! War sehr cool! Auf jeden Fall! Aber ein bisschen weniger gestreamt! Bzw. ich habe kaum gestreamt! Einfach mal... Ein bisschen Zeit mit meinen Freunden verbaut! In den letzten Tagen coole Sachen gemacht! So! Wie steht jetzt noch? Wir gucken noch... Rolling out! Gucken wir später! Ich glaube, das Stream ist sogar unsere Reaction! Da wären wir eigentlich gewesen in Los Angeles! Aber... Kommt mir nicht! Ähm... Trotzdem hat der Vlog gefallen! War jetzt nicht Special! Nur die letzten Tage! Lass gerne einen Like da! Lass ein Abo da! Und wir sehen uns im nächsten Video! Wenn es wieder heißt... Du willst mich mitnehmen! Komm vorbei! Wenn du mich preis, ich bin jetzt 18! Wenn dich schmeißen und sich raus! Ich bin dein Wingman! Check mit Kaden! Nach uns und was willst du mich streamen! Mit dem Legen kann ich nicht einbauen! Oh mein Gott! Boah! Boah! Yeah! Hey!